Yo Leute und willkommen hier auf meinem Kanal Inkev. Hier kommt jetzt das vielleicht langersehnte Video, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit meinem Kanal. Die ein oder anderen haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe einen Strike nochmal bekommen von YouTube. Das ist übrigens jetzt mittlerweile mein zweiter Strike. Auf das Video zu Gurkensohn, als ich Gurkensohn kritisiert habe. Und ja, das Video wurde gestrikt wegen Cybermobbing, was ich nicht verstehen kann, weil ich nicht einmal beleidigt habe. Und generell war da jetzt nichts, wo ich sagen kann, ja, das entspricht irgendwie einer Cybermobbing-Richtlinie, was jetzt irgendwie negativ auffällt. Keine Ahnung, wie ich es anders formulieren soll. Ja, ich werde auf jeden Fall euch jetzt erzählen, wie es weitergeht, was so meine Gedanken zu der ganzen Sache sind. Und ja, wie es generell überhaupt so jetzt mittlerweile bei mir läuft. Also erstmal muss ich sagen, absolut krass, dass hier einige auf Instagram schon so in die Storys gepostet haben, dass sie mal bei Inkev vorbeischauen sollen und so, weil mein Kanal momentan sozusagen flachgelegt ist. Finde ich mega krass. Vielen Dank dafür. Dankeschön auch an MyT für dieses Informationsvideo, dass die Leute mich doch hier erreichen können auf den Inkev-Kanal. Da bin ich mega, mega dankbar, ohne Scheiß. Ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich momentan aus? Also auf meinem Hauptkanal kann ich jetzt erstmal sieben Tage nichts mehr hochladen. Ich kann nichts posten und ich kann keinen Livestream mehr machen. Das bedeutet, es fallen schon wieder viele Kanalmitglieder weg, weil die sehen, ich mache gerade keine Livestreams mehr. Das ist schon mal der erste Punkt, was ich mega, mega schade finde, weil ich meine, das ist eigentlich auch noch so eine Einnahmequelle, die wäre mir schon recht wichtig gewesen. Denn wie eine Gewissenheit, ich habe ein Gewerbe, ich bekomme von der Schule bei mir kein BAföG. Das heißt, für meine 5-Jährige-Ausbildung bekomme ich kein Geld, aber habe ich auch schon öfter mal thematisiert. Und deswegen muss ich zum Beispiel auch eine Krankenversicherung selber bezahlen. Das beträgt über 100 Euro im Monat. Und jetzt fallen praktisch jetzt nochmal Gelder weg, wo ich sage, da bin ich eigentlich drauf angewiesen. Und da ist jetzt natürlich ein ganz großes Problem irgendwo am Start. Ich bin aber in der glücklichen Lage zu sagen, ich kann es trotzdem noch stemmen durch die Twitch-Einnahmen. Also vielen Dank an jeden, der mich bei Twitch extrem supportet. Das ist mir wirklich, ohne Twitch wäre ich aufgeschmissen gerade eben. Da könnte ich das eigentlich absolut nicht machen. Also dann wäre ich gerade komplett am Arsch. Weil dann muss ich Krankenkasse von nichts bezahlen. Ich bekomme kein Geld. Ich würde absolut, ich würde die ganze Zeit Minus machen. Das würde mich übelst, das würde mich einfach nur zerstören. Zumindest Dank auf jeden Fall an die Leute, die mich dort supporten. Also momentan ist halt Twitch meine einzige Einnahmequelle. Klar, YouTube bekomme ich jetzt zwar trotzdem noch für den Monat vielleicht Geld, keine Ahnung. Aber wer weiß, was noch mit meinem Kanal passiert. Sollte ich noch einen Strike bekommen, ist mein Kanal weg. Also der ist komplett gelöscht auf YouTube. Und dementsprechend möchte ich dann diesen Kanal hier aktivieren. Ja, also ich versuche jetzt auf jeden Fall erstmal diese Woche hier auf dem Kanal Videos hochzuladen. Ich werde dort meine ganz normalen Videos hochladen, wie ich das bei Alpha Kevin sonst auch mache. Das heißt, hier kommt kein Reaction-Kram oder sonstiges Zeug. Deswegen abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr halt normale Videos sehen wollt. Und ich weiß auch nicht, wie es jetzt aussieht bei Alpha Kevin, wie es jetzt bei diesem Hauptkanal aussieht. Ob dieser überhaupt nochmal so richtig hochkommen würde. Ich habe keine Ahnung, wie es damit weitergeht. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall versuchen erstmal durchzuziehen. Ich hoffe einfach mal, dass vielleicht der Strike noch weggenommen wird, weil mein Netzwerk versucht sich jetzt auch noch drum zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt was passiert. Und YouTube, die melden sich da ja generell jetzt nicht so krass. Ja, also ich bin momentan mega am Arsch. Ich habe jetzt alle Videos oft privat genommen, weil YouTube denkt sich momentan auch, wir gucken einfach die ganzen früheren Videos an und striken ihn deswegen. Ich habe auch ein Video, das vor zweieinhalb Jahren hochgeladen wurde. Im Mai 2017 hatte ich ein Video hochgeladen. Da hat Elo Tricks zum Beispiel so einen Ausraster gehabt. Diesen einen Schnitt hatte ich zum Beispiel mit eingeblendet in das Video. Und ja, auch das wurde halt gestrikt jetzt nach mittlerweile über zweieinhalb Jahren. Deswegen weiß ich halt gerade nicht, wie ich es sagen soll. Aber ich bin halt gerade mega am Arsch. So, wer Twitch nicht, weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Ohne Twitch wüsste ich nicht, was ich derzeit machen sollte. Eine andere Unterstützungsmöglichkeit gibt es halt momentan nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendwie einen Verstoß bei den Twitch-Regeln machen würde und so. Und würde dort eine Verwarnung bekommen oder nicht mehr Livestreamen können, dann, sorry, aber dann geht halt leider gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz, ich werde weiter YouTube durchziehen. Viele Leute haben gesagt, nee, lass es doch einfach mit YouTube. Du merkst auch, Twitch und so ist eh viel besser. Ist einfach nicer. An sich ist es wirklich nicer. Muss ich auch sagen, habe ich mehr Elan, habe ich momentan auch viel mehr Bock. Aber YouTube-Videos, das sind einfach meine Leidenschaft. Ich habe da riesig viel Spaß dran. Ich mache das nicht nur des Geldes wegen, sondern ich mache das halt deswegen, weil es mir extrem viel Spaß macht. Sonst hätte ich das Ganze von mir aus auch schon vor ganz langer Zeit aufhören können, wenn es mir jetzt wegen dem Geld ginge. Weil mit YouTube mache ich so oder so jetzt nicht so viel. Aber natürlich spielen die Finanzen halt wieder mit rein, weil ich halt ein Gewerbe habe, weil ich halt wieder Kosten habe. Und das ist halt das Problem, was sich dahin bietet. Ja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt ungefähr so meinen Stand. Ich werde jetzt hier auf diesem Kanal weitermachen. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mit am Start bleibt, dass ihr irgendwie, ja keine Ahnung, auf diesem Kanal mir treu bleibt, auch meine Videos anschaut, damit dieser Kanal relativ aktiv am Start ist. Mal schauen, vielleicht wird das ja auch was ganz Cooles. Der Kanal, der ist allerdings noch nicht zur Monetarisierung freigegeben. Das heißt, ihr müsst keine Werbung schauen. Ist auch was Positives für euch. Ich bekomme dafür zwar kein Geld, aber ich bekomme so oder so mit den Werbeeinnahmen kaum Geld. Ja, das Problem ist halt bloß, man kann nicht über den Superchat spenden. Ich kann hier, brauche ich eigentlich fast gar nicht zu Livestreamen und Kanalmitglieder kann auch nur auf dem Alpha Kevin Kanal in Anspruch genommen werden, weil das hier ist auch noch nicht freigeschalten. Ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall werde ich alles tun dafür, dass mein Hauptkanal wieder zurückkommt. Mich würde es mega freuen, wenn doch der ein oder andere vielleicht mal das Video oder diesen Kanal hier in seinen Community Beitrag oder so postet, um mich vielleicht zu unterstützen. Das müsst ihr nicht machen, aber würde mich mega freuen, damit vielleicht einige noch wissen, ja, Alpha Kevin, den gibt es noch und der hat jetzt einen neuen Kanal. Es wäre mega nice, wenn sich da die einen oder anderen finden, die mich da vielleicht nur supporten. Dankeschön natürlich auch an Kenny K, der das auch in seinen Instagram Story gepostet hat. Freut mich extrem, dass da der Support vorhanden ist. Also danke an jeden, der mir da hilft. Ich, ja, es ist keine Ahnung. Ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen down. Also schlimmer kann eigentlich der Montag nicht beginnen, aber was willst du machen? Passiert halt. Deswegen, ja, bleibt einfach aktiv, abonniert gerne, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich halte euch hier noch ein bisschen auf den Laufenden, wie es weitergeht. Und dahingehend würde ich sagen, macht's gut. Ich denke schon an Zwängchen, euer Alpha Kevin und ciao.